Das ist kein Eier. Komm Chris, mach mal von mir, da siehst du mal ne Ei auf dem Bildhaut. Ah! Ah! Guck mal, sein Ei! Ah man, jetzt fern Geld da rein! Guck mal, dann! Krish Jallatz. Komm, wer will, gibst den! Nein! Robert der Geier! Ah! Geh aber so weit! Ja! Nein! Riesenzerstörung auf dem Schlachtfeld! Lass mal Piet Schlossgarten heile, alter! Stefan, wie rege ich raus bei Frischalus? Wir werden schon. Stefan. Das ist ein Rennstörer! Stefan! Das ist ein Rennstörer! Stefan. Das ist ein Rennstörer! Das ist ein Rennstörer! Ah, scheiße! Das war eine Eskalation! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Boah, Alter! Oh, Mann! Nee, aber du sitzt dich da mit dem Nacken mit dem Arsch vor, Alter! Warum drückt der nicht, Mann? Wir tatsch spielen nur Leute zu noch tatsch drücken! Über mich, Mann, ich bin viel witziger! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! You just... War voll schwul, Alter, so'n Herzchen! Hey, boah, Alter, halt! Weiter, halt! Boah, der fickt dich mal aus, Mann! Da voll ins Arschloch, so! So! Du, 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 du! Volle, meine kleine Nutzel! Warum schiebe ich? Miss nur! Volle, dein enges Arschloch! Waaah! Oh Mann, ich feine mal rein! Oh nein, ich stell das auf YouTube! Ja, was? Ja, deswegen, ja! Alter, was ist das voll in der Tor? Scheiße, Mann! Guck mal weiter an! Mach mal auf! Du, 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 du! Du, du! Mach mal an! Hörsch, von 4 0? Hörsch! Der ging schon zu den Scheiß'n ein, heilus den ganzen Tag! Hörsch! Du, 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 schiefst! Bardo! Er packt der Będos aus! Hey, hey! Hey! Wir werden Stars! Wir werden Stars! Wir machen ein paar Nebel-Effekte, okay? Erstmal kacken und... Du mal kacken. Nee, Mann. Du mal kacken. Mann, guck direkt. Guck mal, wie schiefst du, Alter. Genau vor seinem Tor, wie ist das denn? Wow! Ah, es kommen ja noch die Rückspiele, ne? Nein, wie lange geht das jetzt schon jetzt? Sag mal, wie lange? 3, 4... Fast 4. 4, 0, ja, passt. So, ja, ne, hier... Für unsere Zuschauer. Boah, was ist das denn? Das, äh, Geheimteam... Die Kapsköpke? Die Kapsköpke? Geheimteam gegen Pietsch? Nur in den Kaisen, wie ihr seht. Joooo! Du Vollidiot, Alter! Startet er den im Strafraum? Oh, da geh ich ab und... Ja, Robert, du hast doch... Da geht er wieder steil, der Kackschlacker. Da geht er steil, der kleine Kackschlacker. Oh, schieß, schieß, schieß... Oh, schieß, schieß... Scheiß doch! Scheiß doch! Die dröten Schwuchte geht voll ab hier. Der hat schon... Der hat die Fresse! Der hat schon 4 Tore. Die dröten Schwuchte... Die dröten Schwuchte... Lalalala! Weiter auf 3 Spielen! Die dröten Schwuchte hat den Ball. Und aus! 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 Das Spiel ist aus! Von Werner, oder? Von Werner! Werner! 4, 0!